Ich komme aus Italien, um die Seminare von Andrasch besuchen zu können und ich benutze die Matrix-Trops Essenzen schon seit einiger Zeit und dank dieser Drops habe ich gemerkt, dass ich jeden Morgen meine Träume erinnere, die ich nachts über mache und wie ich von Andrasch gelernt habe, sind diese Träume eine Art Brücke zu meinem Geist und das nur nicht nur durch Matrix-Trops Essenzen, sondern auch dank der Messung mit dem Matrix-Trops Computer habe ich zu meinem Geist diesen direkten Kommunikationskanal. Mit einer Messung sieht der Computer direkt in meine Emotionen, in meine Gedanken, in meine Seele und nicht nur das, sondern er sieht auch zum Beispiel die geopathischen Störzonen, die ja viele negative Effekte auf mein ganzes Wesen haben und deshalb habe ich die Möglichkeit diese Störung wieder zu korrigieren. Und ich benutze also beides, Matrix-Trops und Computer und die Essenzen, die sind wirklich zwei göttliche Hilfen für mich. Ich benutze sie schon seit einiger Zeit, eben weil sie einen direkten Kanal zu meinem Geist sind und sie haben mein Leben wesentlich verbessert und ich würde wirklich niemals mehr darauf verzichten.